Here we go Bin ich direkt hier der Jason oder was? Satz Freitagrad Hab grad mal ein Spiel gestartet, bin direkt Jason, alter Ja moin Das ist doch geil, aber da ist ja sowieso alles verwackt und verglitscht Was ist denn die Phonebox, alter? Bin blind, lol, ah hier Das ist schlecht Warum leg doch die Falle, du Opfer, alter Hm Da ist sie erst zu down, das ist doch schön Schön, und wie ist sie gestorben? Kopf weggetreten Ja, alter, was ist denn das? Wie lange braucht der so lange die Kill-Animation zu machen? Hey, komm schon, ey Ich hab doch schon gedrückt, war doch schon rot Wichser Ey, was ist mit dem Trip hier, alter Oh, komm ey Was ist denn das? Ich brauch den mal eingeschlafen, alter Bitter, alter Geh mal auf zu ragen und mach die Scheiße gleich aus Wo sind die denn hier? Hey, greif doch mal Hey, greif doch mal Ganz ehrlich, ne Fick dich doch ins Knie, du Missgeburt, alter Ich darf nicht so laufen, scheiße, ey Wie kann das sein? Jeder Hit, ne Da bin ich wieder Bin ich wieder unten Oh, greif halt zu Er hat ein Messer Ach komm, das schickt doch wieder gar nicht Ach komm, das schickt doch wieder gar nicht Hat Auremesser, oh mein Gott macht das Spaß, ne? Oh Mann, Alter, Tibor wieder am rumragen hier, schönste Unterhaltung des Abends. Ja, greif doch zu, hallo. Ja, manchmal muss man auch einfach die Axt schwingen. Oder das Messer einfach schmeißen im Rücken rein. Gibt's ja nicht wieder, was ist ein Spiel, ne? Kannst dich nur wieder aufregen. Ja, Junge, das Spiel ist total unausgereift, also, wie sagt man, nicht ausgereift, ja. Unausgereift. Ja. Ja, was sind die denn, Alter, was sind das hier für Dinge? Schallwein, lol. Ist die AFK oder was? Hä? Neu. Sie hat gerade einen Finger in der Pflaume. Nein, Idiot, oh Gott. Oh, mein Gott. Liebens, Alter. Kriegt doch die Hände, Alter. Ja, greifen doch, ja, so ist besser. Meistens, das Fenster, tschüss. Ich bin ein fetter Wichser, ne, dieses hessische Arschloch. Hey, das beruhige dich. Die sterben alle noch, Alter, das verspreche ich dir. Wie viel hast du geholt, bist du jetzt ein, oder wann? Ich glaube, vier von acht. Oh, okay. Wenn Tommy noch nicht gerufen ist, weiß ich nicht. Ins Feuer mit dir, du Schwein. Yes, yes, yes. Und da ist er weg. Jawohl. Kopf ist ab. Und ist da noch jemand irgendwo? Wer will noch was? Wer fehlt denn? Oh, da hinten. In der Lodge, oder was? Ja. Und da ist der Kopf weg. Jetzt, 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 jetzt. Ja, es gibt keine. Es gibt halt keine Kompromisse mit Jason. Und da fehlt alle Gold. Noch einer. Ich glaube, Tommy ist nicht mal da, ne? Oh, war das nur legendärer Port, Bruder. Oh nein, er hat ein, er hat ein, er hat ein Messer. Oh mein Gott, ich bin gerade so gehypt, ne? Okay. Die Flotte, okay. Junge, ne? Ich sag doch, Payback mit Jason, ey. Komm schon. Hau rein, Alter. Mach deinen Teleport, Junge. Den holst du dir jetzt, Alter, Schwein? Da musst du dir den so hinten mit der Axt. Yes, yes, yes. Ich hab mir der Axt gefickt. Ja, Mann. 8 von 8. Brutal. Da kommt mir schnell mal... Oh, fuck, man, ne Flasche. He's killing me, sagt er. Geile Runde, Mann. Die haben mir sogar die Maske abgeschlagen, aber keiner ist abgehauen. Yes, 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 Alter. Das ist doch Genugtuung für alle F1-Spassis da draußen, Alter. Ich hab mir vorgestellt, es sind diese F1-Leute, die einen nur rammen, Alter. Ach so. 2780 Punkte. Geil, Mann. Was bist du da für ein Level eigentlich? 150. 150. Mehr geht nicht. Schade. Sonst wärst du ja locker schon 400. Ja, ist echt so. Haut rein, Leute. Das Video kommt, denke ich, mal hoch auf den Kanal. Lasst einen Like da. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.